so hallo ich bin es wieder radhi einen schönen guten morgen bei gutem wetter wünsche ich allen zusammen und ja heute wollte ich eigentlich mal das thema drag and drop machen mit dem video 8 aber da habe ich ein kleines problem mit dem rechner im simulations modus und ich muss das mal verschieben deswegen machen wir mal heute das video 09 und zwar für die automatischen zugfahrt weil ich wollte das ein bisschen in der reihe haben kommen dann später noch mal auf das andere thema zurück also automatische zugfahrten ist heute das thema und dabei geht es eigentlich darum dass ich zum beispiel irgendwelche zugfahrten die ich mir generieren möchte sehr einfach sehr leicht bestimmen kann und das wollen wir mal eben angehen also wenn ich sowas machen will ist das natürlich muss ich das im editier modus machen weil sowas kann man nicht machen wenn die bahn läuft also gehe ich auf den editier modus der ist jetzt eingeschaltet und jetzt kann ich halt hier los legen dazu gibt es dann bei betrieb in dieser lasche eine möglichkeit das über auto train zu machen also über diese lasche und da ich jetzt hier schon den block angeklickt hatte macht er mir schon den vorschlag dass ich also hier wenn ich aus diesem block rausfahren will dann mein start block aktivieren kann oder den als start block definieren kann und ich kann jetzt in dem fall auch sagen das soll jetzt mein zielblock sein als beispiel also ich will von da los fahren und will dort auch wieder ankommen fahren nach links komme von rechts nach links wieder an dann gibt es eine möglichkeit ich kann mir einmal ein weg suchen und dann automatisch die fahrt starten das ist eine möglichkeit ich kann mir aber auch die fahrt suchen und sie halt erst mal gucken ob ich das überhaupt haben will wenn ich das mache dann macht er mir hier einen vorschlag erfährt hier rum das wird alles geheileitet und ja gut das wäre meine fahrt ich kann mir das hier in dem block plan auch noch mal anschauen so das heißt er fährt hier los grün dann nach block 16 17 18 19 20 hier unten rum und über block drei so wenn das können wir einfach jetzt mal so sagen okay das hat er hier gespeichert in dem auto train in der markierung hier oben in den zugfahrten und ich kann es einfach hier schon rausgehen weil ich das hier auf speichern gestellt habe da unten speichert automatisch für spätere verwendung dann gehe ich hier raus und dann ist die fahrt eigentlich schon aktiv die kommt also immer wieder wenn ich jetzt irgendwo hier drauf gehe und ich gehe auf diese auto train fahrt ja dann ist die dat und ich brauche sie im prinzip einfach nur noch um zu benennen doppelklick oder auf eigenschaften und sage block 1 nach block 1 sagen wir mal kleine nord runde so gut und abspeichern und fertig das ganze so fährt er die runde ja die fährt er wenn ich auf simulation gehe der editier modus muss ausgeschaltet sein die rechte maustaste und start drücken und schon man sieht hier das wird gar also wieder in eine entsprechende farbe dargestellt in dem fall gelb und er startet jetzt die fahrt so und weiter geht's so etwas komplizierter wird das ganze wenn ich jetzt halt etwas ändern will oder es kann ja sein das ist eigentlich nicht das ist was ich eigentlich wollte vielleicht wollte ich eigentlich dass er hier über diesen block fährt über den block vier aber jetzt hat er ja automatisch gesagt naja das ist mein weg und gut mal ist es gut wenn das so macht mal ist es eben nicht so schön will ich das anders haben das heißt das muss ich halt im prinzip ändern jetzt gibt es zwei möglichkeiten ich kann natürlich diese fahrt nehmen und sie wieder ändern oder ich kann einfach eine neue machen so wie ich sie haben will das ist eigentlich der weg den ich mir so für mich rausgesucht habe in der zukunft oder wo ich das gefühl habe dass es am einfachsten und am schnellsten geht wenn ich es halt gleich so mache wie ich es will so er ist wieder da ich stopp das mal so gut also ich sage jetzt mal ich könnte das ändern können wir auch mal probieren wie das geht also einricht modus mit sicherheit erst mal dann muss ich hier wieder auf diese markierung gehen um die auswahl im block plan zu treffen ich sage jetzt mal ich will mal nicht dass er hier her fährt so jetzt macht er mir schon hier unten wieder was anders hin was ich vielleicht auch nicht will da auch noch mal na komm was ist das jetzt das will ich doch gar nicht so jetzt nimmt er das da weg jetzt nimmt er das da weg das will aber jetzt nicht gehen wir da noch mal hin dann nimmt er den ganzen plan übrigens mit ctrl z kommt man da ganz gut wieder raus so also ich sage jetzt mal wenn ich ich habe jetzt hier was geändert aber eigentlich sehe ich das schon dass das nicht das sein kann was ich haben will also ich will nicht auf den block 9 gehen denn markiere ich nehme es weg ich will auch nicht auf den block 10 gehen das nehme ich auch weg so und ich will jetzt sagen ich will zum beispiel hier über den block 20 zum block 4 fahren und dann vom block 4 zum block 3 fahren so das habe ich jetzt angeklickt ja ich denke jetzt dass es so richtig sein sollte es ist es natürlich nicht weil hier keine schwarze markierung ist da auch nicht da auch nicht aber vielleicht fällt das manchmal gar nicht so doll auf und ja man denkt man müsste es jetzt starten können kann man aber nicht heißt wenn ich auf den simulator gehe und da raus gehe und sage starte mal so dann wird er sagen geht nicht da passiert nichts so jetzt hat man es vielleicht nicht gesehen aber wie kommt man da weiter ja man muss das ganze wieder anhalten die zugfahrten stoppen weil die will ich ja jetzt nicht haben so man sieht es schon hier so ein bisschen ich kann auch im block plan sehen wenn ich auf dem block plan um schalte da muss ich dann natürlich hier auf den so wenn ich im block plan bin sieht man ist auch im prinzip aber man kann es nicht so wirklich gut sehen dass da was nicht stimmt viel besser kann man es sehen wenn ich zum beispiel hier auf diesen button auf diesen button hier gehe im block plan und da sagte mehr block plan einblenden das war ich mache das mal und da sehe ich jetzt eigentlich sofort das was mit meiner zugfahrt nicht stimmt weil sie ist nicht geschlossen das heißt ich fahre hier los und komme sollte da wieder ankommen aber irgendwie geht es da nicht weiter so und das kann ich natürlich durch das umklicken sagen okay gut was passiert da ja da ist noch ein block dazwischen und den muss ich jetzt halt noch wieder finden und treffen gehe also wieder auf meine auswahl aus dem block plan und sage er soll von block 20 auf diesen block fahren und siehe da hier hat er jetzt eine verbindung gemacht und wenn ich jetzt wieder umschalten dann sehe ich dass da eine verbindung fehlt also gehe ich noch mal auf den block 4 und sage auf dem block 3 und beim umschalten kann ich erkennen das ist mein blog jetzt funktioniert er auch wieder so heißt also das ganze wieder starten und speichern natürlich immer wieder speichern das ist ganz wichtig so haben wir gemacht und wenn ich jetzt hier auf diese geschichte gehe und sage rechte maustaste dann läuft der block wieder das heißt die zugfahrt ist wieder da was will ich damit sagen ja man muss beim train controller etwas bei den automatischen zugranken aufpassen weil ich kann da viel machen kann aber auch viel machen was ich gar nicht will und wenn ich das nicht erkenne dann doch da ich rum und weiß vielleicht nicht so direkt im moment wie wie und was ich da falsch gemacht habe also der zweite weg bei der ganzen geschichte ist also der erste weg ist einrichten der zweite weg ist vielleicht dann etwas zu ändern und der dritte weg ist vielleicht ist gleich so zu machen wie ich jetzt direkt haben will wir gehen hier noch mal wieder raus da kommt schon so der simulator ist ausgeschaltet ich lösche diesen block mal so ist wieder alles weg das geht übrigens ganz einfach man kann die sache auch relativ schnell wieder machen also man zeigen wie gesagt hier werden die blöcke angezeigt die es eh schon gemacht habe ok gut also ich gehe hier wieder auf zugfahrten gehe jetzt auf bearbeiten gehe dann auf eine neue zugfahrt und sage dann auswahl aus dem block plan diese beiden sachen muss man machen wenn man es manuell machen will also nicht über die automatische funktion gehe dann man sieht jetzt die maus wird beim überfahren der blöcke hatte die ein anderes symbol so und ich klicke jetzt zum beispiel die block eins an und habe dann hier oben die möglichkeit auf den start die startrichtung festzulegen also nach links und bin dann immer noch auf dem block und kann jetzt sagen okay ein anderer block soll mein zielblock sein ich kann aber auch sagen dieser block sollte gleichzeitig mein mein zielblock sein also habe ich da grün und braun das kann man jetzt hier auch noch mal dann irgendwann später sehen so und das ist mein start block und das ist auch mein zielblock also wenn ich jetzt weiter machen will muss ich sagen vom start block will ich auf den 16 erfahren von dem 16 will ich zum 17er fahren vom 17er zum 18er und immer wieder klicken 19 klicken 20 20 jetzt will ich über den vierer fahren und nicht hier unten her will vom vierer auf den dreier und vom dreier auf den einzel und schon sehe ich das ist zwar ein bisschen mehr mit klicken verbunden aber er tut jetzt genau das was ich tun was ich haben will das ganze hat er jetzt abgespeichert oder eben noch nicht abgespeichert in einer zugfahrt die ja hier einfach frei vergeben hat das ist diese dann mache ich jetzt ein doppelklick drauf und sage einfach wieder block 1 nach block 1 kleine nordfahrt so nordfahrt so machen wir es mal so gut abspeichern fertig das gleiche prozedere da ist er block 1 nach block 1 kleine nordfahrt das ziehe ich mal ein bisschen hier rüber wenn ich hier mit der rechten maustaste drauf gehe habe ich hier wieder mein start button er sagt ja starten können wir nur wenn wir aus dem editier modus raus sind das sind wir jetzt ich speicher nochmal und lass den simulator laufen der simulator läuft und erfährt die kleine reise so das ist das was ich mir für mich raus gesucht habe so mache ich es jetzt immer das geht eigentlich fast genauso schnell wie das andere und ich habe dann sofort das was ich haben will und nicht was mir der train controller vorschlägt ich kann natürlich dann auch damit alternativ fahrt machen ist überhaupt kein problem machen wir jetzt gleich mal wenn er fertig ist das geht eigentlich wirklich gut so jetzt ist er durch da steht er zack aus fertig gut so editier modus wieder wenn ich jetzt sagen will er soll aber alternativ weil ich es doch vielleicht will über diesen block 4 fahren dann gehe ich wieder in den editier modus dann gehe ich wieder in das bearbeiten dann gehe ich hier in dieses fenster und gehe hier natürlich wieder auf die auswahl block plan so und sage dann ja schau mal fahr doch mal von dem zu dem und dann macht er mir die alternativ route so und wenn ich das ganze mir nochmal anschaue hier in der block darstellung dann ist es auch ganz klar zu sehen was er macht also ich finde das besser mit diesem mit diesem button hier kann ich immer sehen okay da ist es so wie ich haben will oder zum beispiel ich kann auch sehen wenn ich jetzt hier diesen sage ich mal an klicke und lösche ihn oder habe ihn so als beispiel so den lösche ich jetzt einfach mal das sieht man jetzt auf den ersten blick nicht so aber wenn ich hier rein gehe dann sehe ich das sofort dass er jetzt zwei dinge gemacht hat oder dass ich im prinzip zwei dinge gemacht habe die ich nicht will nämlich ich habe einerseits versehentlich sage ich jetzt mal eine strecke gelöscht also kann er nicht fahren und hier ist ein block drin wo er sowieso nicht hinfahren soll aber er weiß ja nicht was das soll also gibt das ein problem so also kann ich jetzt hier wiederum den block einfach mit entfernen rausnehmen und ich kann sagen ja da oben fahre von block 3 den block 1 und schon habe ich wieder alles und kann hier rausgehen speicher das ganze und dann fährt er auch den weg also ich sage jetzt mal das ist für mich die variante wo ich sage so möchte ich es machen und so möchte ich meine zugfahrten auswählen beziehungsweise selber bestimmen geht für mich eigentlich fast noch schneller wie das andere und ich habe genau das was ich brauche jo das war es im moment zu dem thema zugfahrten und ich würde mich dann einfach später nochmal mit den anderen beiden thema themen melden das heißt es wäre einmal noch das drag and drop und einmal die 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 der fahrplan mit der uhr das machen wir dann zügig hinterher und ich melde mich dann wieder euer radi an dieser stelle wie gesagt wenn es gefallen hat daumen hoch und abonnieren kennt man ja heutzutage bis bald und alles gute mit dem train controller es geht los mit den automatischen fahrten tschüss oder und Vielen Dank.